Hallo Leute, willkommen zu einem Video. Und zwar sind die kleinen Babys heute vier, nein, zwei Wochen alt. Also 14 Tage. Hier schnüffelt die Leute schon an ihren Geschwistern. Und das haben so gut wie alle die Augen auf. Einer hat glaube ich noch nicht ganz ein Auge auf, aber sonst haben alle schon die Eukleine auf. Wir haben ihnen noch schon Namen gegeben. Und zwar, es gibt hier zwei, die sehen fast gleich aus, deswegen muss ich mal gucken. Naja, auf jeden Fall heißt einer Fluffy, einer Knuffi, einer Bärchen und einer Maus. Also Maus ist hier das kleinste. Dann ist das hier glaube ich Knuffi. Das ist Bärchen. Und das ist Fluffy. Fluffy ist das einzige Mädchen. Und hier sind alle. Hier, das hat noch nicht ganz das zweite Augen offen. Maus hat sogar alle Augen offen. Als einer der ersten sogar. Und der sieht auch schon aus wie ein Kätzchen. Ist immer noch kleiner als die anderen. Aber schon ganz normal. Profi guckt gerne übrigens herum. Unser Mädchen. Rote sitzt hier und passt auf. Für ein, zwei Wochen können die schon ganz schön gut laufen, wie man sieht. Sehr schnell. Ich zeige euch mal das Bäuchlein. Das ist hier Fluffy gewesen. Dann nehmen wir mal Knuffi. Mäuschen. Mäuschen ist eigentlich auch ganz dick. Oh, ein kleines Mäuschen. Und dann unser größtes Bärchen. Er ist auch ziemlich fluffig, wie man sieht an seinem Kopf und so. Der ist hier eher kurzhaarig und der ist irgendwie so fluffig. Mäuschen ist immer noch hier und sie hat gar keine Angst vor ihren Geschwistern. Aber Silber zum Beispiel, der hat sehr viel Angst vor dem Kätzchen. Er knurrt immer, wenn er nur in ihrem Häuschen vorbeiläuft. Ja, keine Ahnung warum, aber er hat sehr viel Angst. Jetzt liegen die vier alle in einer Reihe. Hier nochmal einen Krabbelversuch. Und Fluffy hat sogar eine weiße Schwammspitze, wenn man das hier kennt. Die ist ein bisschen weiß. Belastend hier schaut auch ein bisschen mit den Spielen, weil wenn Bella in ihrem Häuschen ist mit ihnen klein, lässt sie niemanden rein. Auch ihr eigenes Kind nicht. Deswegen hat sie nur hier die Möglichkeit. Das war's dann mit diesem Video. Und tschüss.